ja das ist ein schönes häuschen oder ich würde sagen wir sammeln jetzt ein bisschen holz ja ich habe kisten dahinten ist ein süß machen wollte ich mach mal hier ist jetzt vor dass wir hier jetzt wollen das heißt wird von ich glaube den befehl gibt es nicht wir brauchen bett dann weißt du was dann eben die spiele und ohne 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 tippen okay da brennt ein skelettor ach hier sind schweine ich hole mal kurz was zum essen und ich töte das skelett okay ich baue da meinen dann könntest du schon die werkbank aufbauen du bist du bist du bist du bist die frau du musstest die werkbank an du bist es die werkbank gibt es stell dir mal hin dass ich mir schon eine axt machen kann aus gold ich habe keine werkbank doch du musst ich dich gewährleisten machen wir auch eine gleiche ich habe nur noch ein gut dann machte mir heute reizt oder weiß ich habe ich habe ich wollte zwei johls ich habe ich habe noch zwei gold also kannst du mir geben gibt gold und die pols oder stock und stock ja jetzt mal ganz kurz für unsere user zur erklärung genau das hier wir bauen uns erstmal ein schönes häuschen da rein als ein haus und haus ne wisst ja ja und irgendwann halt fangen die ersten eigenen häuser jetzt haben halt das wir haben echt das praktische dass wir direkt neben so einen verkackten wurf gespawnt sind das so dass wir ein bisschen rum am anfang nicht so viel stress haben vor den sky sap hat in der volk dreimal auf holz geklopft jetzt ist meine diamant spitzhack kaputt immer mehr wenn die gold spitzhack ja die dinge halten nichts aus aber ich habe genügend holz ich habe drei setzlinge die reichen für umpflanzen ja ich habe da gleich auch noch welche ich komme ich komme nach schatz kannst du schon mal das essen vorbereiten für dich mach ich kein essen aber das und wir sind doch so glücklich verheiratet hier auf dieser insel dieser insel so in dieser verlassenen Welt ja genau weißt du was mich immer wundert im echten leben ist gold ja eins der härtesten metalle und hier geht es am schnellsten kaputt richtig und das finde ich halt ein bisschen komisch eigentlich was auch lustig ist ich habe immer auf der server welt im schnee abgebaut ja und genau nach sechs schneefeldern ist die 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 kaputt gegangen die spiel die brauchen wir holz ist holz aber es sieht anders aus ja das muss man ihnen schon überlassen auch schon hat sich dabei was überdacht gedacht mit gold finde ich ein bisschen doof eigentlich für dich ja aber laba kein rhabarber oder wie genau mutter ist rhabarber was deine mutter ist rhabarber ja äh nicht meine haha du hast aber gerade ja gesagt so ich habe hier ein ei wisst ihr der war da hatten als hey dass ein hunn rausgekommen ich mache die tür zu ich habe dafür ein hühnchen 58 kartoffeln 64 karotten 36 sagen da war und ich würde sagen wir machen uns ein feld das auf jeden fall wenn wir jetzt schon so viel haben dürfen wir uns eigentlich zueinander teleporten oder nicht nur wenn du nicht wirklich nicht mehr nach hause findest okay da ist einer sollte immer in der in der nähe sein oder wir machen beide eine höhlen expedition wenn dann mit kompass ja ich brauche kein feld seine feld hatte wir haben hier entfällt ja ich mache ich mache ein feld mit karotten und ein feld mit kartoffeln ja mach das mal weib ja mein schatz aber muss jetzt dazu sagen wir sind nicht schwul das muss ich sagen wir machen unsere späßchen glaube ich jedes mal wenn wir uns sehen das ist einfach das hat man freundschaft leute freundschaft ist auch liebe ja das wollte ich erwähnt haben gut dass man dich nicht so laut hört bei mir ja ich muss mal hier ganz kurz wechseln also ich spiele sehr gerne auf specs das ist einfach das beste bisher was ich gesehen habe ich mag das lb fotorealism sehr gerne wenn du zuhörst habe ich gesagt bisher das was ich gesehen habe was anderes naja hast du noch ein eisen für mich dauert gleich eine sekunde ich weiß nicht aufwendig weil es freundlich für eine schere das sich mal rolle und kann für zwei betten da sobald hier das mit ex effekt funktioniert dann kannst du haben also wenn ich habe ein eisen habe ich nämlich schon ein bisschen heißt ich brauch nur ein eisen im notfall baue ich bist du sag ich weiß wo es lava und eisen gibt ja mach einfach gibt einfach eisen und gleich ja wenn ich was habe du fischknöde und ich bin nicht mehr so viel krass und schaut scheiße aus so ah ja viel besser fahrt euch nochmal an der wille da hat eine brille auf du kriegst aufs maul auf deine fresse so gibst du mir jetzt mal um eisen hab ich nicht hast du scheiße ich geh kurz eisen machen ok wir brauchen aber stein für ofen und kohle oder holz ich mach alles ich mach alles ich mach alles ich mach alles ja ich mach jetzt eine spitze ja ich mach doch ja und ich geh doch jetzt hat mich das nicht mal machen ja ich tötete einfach die schaffe wenn ich welche finde bleib du bitte im dorf nee keine fresse ja was nee nee ich gehst nicht ins dorf ich hab gesagt dass ich jetzt sachen holen weil wir brauchen auch licht in der nacht weißt du das bleibt ja nur um uns im eigenen haus ich bin davon wieder hin ja ich sammle auch bisschen schafe äh schweine die bieten sich ich hab mein schwert dabei nicht nur in der hand sondern auch noch in der hose äh äh was du hast noch ein schwert alter das ist eine kanone man ist das das ist ein leopard 2 man dann kann während dessen dass es sich dreht kann er schießen ja deswegen ist der leopard immer noch besser ja den hab ich auch in der hose ja du hast ihn ähm japaner wenn du was altes sagst freundchen dann bekommst du so eine ins gesicht der ich dich das nächste mal sehe du hast du hast ein schlauchboot in der dose ja ich muss erst auf muss erst aufbauen dann wird er groß gegensatz aber weiter weiter zum einsatz wegen des zu deinem bm ne meiner kommt außer deiner hand kann der kommt der nirgendwo zum einsatz wer weiß was das sind schafe mein schatz ich habe einen ender mehr neben mir der nervt mich ziemlich ja schau ihn an wo ja anschauen sie die augen seine mutter da kannst du dich rennen wie die sau warte mal kann ich mit einer holzspitzhacke eisen abbauen nein ach fick die du dann brauchst du eine steinspitzhacke um holz und eisen abzubauen du könntest zwar abbauen aber du kriegst den block nicht so ich habe sechs wolle das heißt was ich habe sechs ich habe sechs eier oh im kühlschrank aber und level 2 bin ich jetzt das ist schön für dich ich könnte auch hier den enderman schlagen aber ich möchte tierfreundlich sein ach so der enderman ist ein tier ja für mich schon und zwar ein ganz schlechtes ne der creeper ist ein tier eigentlich alter der enderman ist weg was für ein glück der hat mich gerade zugeschockt ey so dann baue ich mir mal schnell die steinspitzhacki hast du acht stein gesammelt für den ofen nein erst drei ach du fauler hund du leck deine fick dich doch geht nicht fick dich in die poppes mein rohr ist zwar lang und dick aber kann ich nicht biegen jetzt fängt das wieder an nein ich muss hier die lave ein bisschen beseitigen weil dann wird ziemlich tot weit also ich ja das ist auch gut so hier ich du er sie es weißt du bescheid eins zwei drei eins zwei drei sind sechs was wie du hast aber kein anderes thema außer außer dieses sexuelle thema oder das ist echt unerhört bei dir also feuer schmuck was feuer schmuck muss mich verarschen so baut man schlafen 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 mit dir ne danke nicht der schlafende schwein ey du blöder village lass die tür zu hu 21 ich baue jetzt mal noch ein bisschen eisen ab der verkauft uns sachen was denn wenn wir 21 weizen ihn geben dann gibt er uns ein emerald an der knicken vergiss es das ist wenig es gibt der uns eine eis diamantspitzhack und vier emerald also das maragde regnende diamantspitzhack mit effizienz 2 und halbbarkeit 1 nicht so schlecht ein emerald und zehn kekse ein emerald und zehn kekse drei emerald und eine schere ein emerald und zehn kekse welchen gibt es noch den hier ach den hatten wir schon also der 20 weiße wolle und einen emerald 4 brote ich beseitige mal ganz kurz die kacken aaaaaaah zombie ich teleportiere dich jetzt mal zu mir bevor es wieder tag wird nein du lass mich jetzt hier ich bin schon auf dem weg ja komm endlich ich bin der nee da rottet Fleisch so mein Schatz jetzt geht's los wie jetzt kommt jetzt geht's ab das ist auch für lange das ist auch für lange gegriffen Hilfe mal cool Endlich ist München nur Action. Oh, jetzt habe ich was gesagt. So, wir machen die Kontrollverteidigung. Ne, jetzt lege ich mich schlafen und du kommst jetzt mit. Ich werde da von einer Spindel, glaube ich, verfolgen. Oh! Ich finde, ich weiß nicht, wo... Ich werde, ich weiß nicht, wo... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018